Hallo, ihr Freunde des Mittelalers. Hier ist Adolf, das Schandmann auf KWO-TV und wir sind auf der Burg Hoch Osterwitz. Wer wir, die Schandgesellen. Also kommt einfach vorbei. Wir sind ab Freitag dort, aber ab Samstag ist erst die Show. Das heißt von Samstag bis Sonntag, aber die Woche drauf. Das heißt von 7. bis 16. August 2021. Ich hoffe, dass viele von euch vorbeikommen und ich hoffe, dass es euch gefällt. Ich hoffe, dass ihr mit uns Spaß haben könnt und wir werden dann halt Musik machen, mehrmals täglich. Programm müsste eigentlich schon auf der Homepage von Hoch Osterwitz irgendwie einsehbar sein. Und verlinken tue ich das natürlich unten in der Videobeschreibung, sobald ich es selber habe. Und wir sehen uns dann hoffentlich von Samstag bis nächste Woche Sonntag irgendwann mal. Es gibt sogar ganze Wochenkarten. Solltet ihr also gerade in Kärnten Urlaub machen, selber aus Kärnten sein oder euch denken, ach komm, die paar Kilometer rüber nach Kärnten fahren wir auch so, dann kommt gerne vorbei. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dass ich sowas hier mache, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen, beziehungsweise auch die Glocke aktivieren und schreibt mir unten, in welcher Form ihr eigentlich so Eventkalender von Auftritten gewohnt seid zu bekommen. Wir können auch gerne eine E-Mail-Liste machen für sowas. Dann brauche ich natürlich auch eine Pen oder sowas, damit wir das mal in die Wege leiten. Ich habe nämlich noch gar keine E-Mail-Liste für sowas. Ja, vielleicht starten wir sowas. Ihr habt ziemlich viel sowas gesagt. Egal. Ciao. Musik